Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Memory PC, Gaming PC mit Eigenschaften wie AMD Ryzen 5, 3500X und noch vielen weiteren. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Zocker PC für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon Angebot zum Zocker PC werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja in Sachen Gaming, das war ja schon seit einigen Jahren ein immer wachsender Markt und der bisherige Höhepunkt waren die Jahre 2020 und 2021. Wenn man nicht raus kann, so richtig draußen was unternehmen kann, nicht so wirklich, dann sucht man natürlich nach Möglichkeiten sich drinnen abzulenken und da ist Gaming ein naheliegendes Hobby, weswegen dieses ohnehin wachsende Trendthema wirklich nochmal auf ein ganz neues Niveau gehoben wurde. Und ja, wer eben gerne zockt, für den könnte ein Gaming PC interessant sein. Preislich finde ich sehr interessant, was dir hier aus dem Hause Memory PC geboten wird. Würde ich, wenn ich mir die ganzen Eigenschaften hier anschaue, als ein faires Angebot für einen Zocker PC bezeichnen, das ist meine Einschätzung. Ob es für dich der passende Gamer PC ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Zocker PCs auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Auch designtechnisch finde ich den persönlich durchaus einen Hingucker, vor allem zu dem Preis. Bin ich der Ansicht, kann sich das sehen lassen, aber Design, muss man ganz klar sagen, ist eine riesige Geschmacksfrage. Sprich, ob du jetzt sagst, den finde ich optisch schön oder nicht, das ist ganz klar deine Entscheidung. Deine Auffassung von Design halt und ja, die ganzen technischen Eigenschaften kannst du dir hier ja auch nochmal alle in Ruhe und Frieden durchlesen. Und man muss dazu sagen, auf die kommt es auch tatsächlich hauptsächlich an. Ich meine, die Optik des PCs ist schön und gut, aber du willst natürlich vor allem halt Leistung von deinem Gaming PC haben. Und hier haben wir natürlich einen relativ preisgünstigen, also relativ preisgünstigen, das ist wirklich Ansichtssache, ja, meiner Ansicht nach ein relativ günstiger Gaming PC. Es gibt auf jeden Fall noch wesentlich teurere auf dem Markt, die dann aber dafür eventuell auch mehr Leistung mit sich bringen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, reicht dir so ein Zocker PC hier aus oder nicht? Und da würde ich dir Folgendes empfehlen, wenn du da noch unsicher bist, ob der reicht, du weißt ja hoffentlich in etwa, welche Spiele du so spielen möchtest, ja. Was du dann machen könntest, ist mal auf den Webseiten dieser Spieleanbieter schauen, was haben die denn da so für Mindestanforderungen stehen, damit man das Spiel flüssig zocken kann. Und dann könntest du das eben zum Beispiel mit einigen Eigenschaften dieses Gaming PCs hier abgleichen und gucken, na, reicht der in Sachen Power? Oder wäre vielleicht ein teureres oder gegebenenfalls auch ein günstigeres Modell für dich die bessere Wahl, ja. Ich finde, da sollte man sich schon so ein bisschen die Zeit zur Recherche nehmen und so dürfte dir die Auswahl auch leichter fallen, weil ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis beziehen. Und auf mich, ja, macht das einen fairen Eindruck. Aber ob es für dich der passende Zocker-PC ist, ist deine Entscheidung. Hängt hauptsächlich, würde ich sagen, davon ab, zum Beispiel, was für Spiele du spielen willst, ja, ganz klar. Und da sollte man schon ein bisschen recherchieren und gucken, passt das oder nicht. Preislich, meiner Einschätzung nach, ein faires Angebot. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Zocken. Alles Gute und Ciao! Vielen Dank!